Bitteschön, Schlange! Grrrrrr! Wer tut die Poppes weh? Ich muss mal in meinen Sitzgelegenheit wieder ein bisschen... So! Erstmal. Jetzt kann es weitergehen. Äh... Rezept! Okay. Was für eine geniale kleine Reibe! Uh... Da brauche ich mal ein Zimt, die Reibe, dann habe ich... Staub und das Pulver. Was in den Kessel? Hm... Laut Rezept brauche ich eine... Harzträne. Wo bekomme ich die her? Ein Kessel! In dem Kessel ist kein Wasser. Ah! Achso, okay! Alles klar, ich muss wieder zum... Superwasser! Plipp! Voller Kessel! Zurück! Macht alles Sinn, ne? Den Kessel da hinstellen... Jetzt kann das da rein... Was ist das? Die müssen... Achso, ich muss erst das da... Okay. Harzträne... Mal... War doch die Harzträne, oder? Okay. Ich muss dann erst mal wieder hier raus... Ah ja! Genau! Genau! Jetzt habe ich es! Ich muss ja den hier, ne? Bitte weine! Oh! 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 Irgendwo übersehen? Aha, hier ist schon mal nichts. Ich geh mal zurück, ne? Irgendwo muss das ja sein. Irgendwo. Die kleinen fliegenden Upsaflumsis wollen mir auch nicht helfen. Okay. Hier ist nichts von großer Bedeutung für mich. Kann ich hier irgendwas finden? Schade, kein neues Wimmelbild. Jetzt bin ich wieder hier, aber hier werde ich glaube ich auch nicht fündig. Ich geh mal wieder da runter. Und geh mal auf, tipp. Schester wird immer ein wenig unleidig, wenn er Hunger hat. Keine Sorge. Ach so, hier. Der braucht viel. Ach so, ich hab das Vieh voll vergessen. Durch meine wehleidigen Arschbacken hab ich das voll vergessen. Natürlich. Der macht mal einen Stößel. Na klar, Chester, du hast es voll drauf. Also da waren die anderen Spirits of Mystery auf ihre spirituell mysteriöse Art und Weise logischer. Muss man einfach mal sagen. Muss man einfach mal sagen. Ach so, ich muss den... Ach so, alles klar. Natürlich. Auf die Hand zu klopfen, Eule. Und pack das da rein. Und es ist die Berries. Blip. Ein Trank. Ach ja, genau. Ja, stimmt ja. Die Eule war ja seine Perle. Es geht wieder gut. Bitte, take this gift from the forest. This magic wand can turn evil into good. But it needs two other pieces from Mortis kingdom in order to work. If you can show me that the completed wand was used for good, I may be able to help you further in your quest. Sehr nett von ihm. Teil des Elfenstabs. Uh. Den werde ich mir genüsslich aufbewahren. Oh, wie eine Banane. Oh. Cool. Ich darf weiter. Wollen wir mal weitergehen durch den nicht mehr versperrten Weg. Oh. Wenn ich nicht auch eine solche Kutsche oder einen fliegenden Teppich finde, kann ich ihr nicht vollen. Oh, wo ist er denn die, wenn man ihn braucht? Oh, ho, ho. Ich komme doch ein bisschen vor wie ein Vollpfosten. Ach du Scheiße. Jo. Das nach da. Das nach da. Das nach da. Dann. Das nach da. Das nach da. Das nach da. Wie wunderbar. Klar. Klar. Klein Diamanten kommt raus, wenn man stiller zusammenmastet. Cool. Jetzt weiß ich endlich, wie ich reich werde. Ah. Ich danke dir, dass ich in die King-Kingdom reinkomme, in ihren Kingdom. Danke, mein unheimlicher Freund mit sehr merkwürdigen Stimme. Ihr seid so gut zu mir und verpufft immer so urplötzlich mit einer Atomexplosion. Das habe ich doch eben schon gesehen. Sieht aus wie eine verschlossene Tür. Merkwürzig. Sieht aus wie das Portal, wenn ich mich nicht irre. Ja, mal kurz kratzen. Dann gehen wir mal zu Luke. Zu Luke. Oder ich muss doch da dran. Und das einfach mal. Ja. Das ist es, ne? Geil. Zu Luke. Das ging schnell. Ich brauche etwas Magie, um diese Schlucht zu überwinden. Ah, okay. Hallo. Ah. Das war ja nicht gerade ein königlicher Empfang. Vielleicht weiß er nicht, dass ich eine Prinzessin bin. Denn dieser Ork wird dann schon Manieren haben. Denn ich bin eine Prinzessin. Ein Mensch. Eine menschliche Prinzessin. Und der Ork muss mich verehren. Weil ich bin was Besseres. Ich bin ein Mensch. Hier. Daneben nicht. Vielleicht soll ich ihn einfach umbringen. Gehen wir nach rechts. Nach rechts. Ein Drache. Wieder so ein Drachenkästchen. Das ist so cool. Was? Hier gehört ein Armreif hin. Oh, da kennt sich jemand gut aus. Die Sache ist cool. Was haben wir hier? Es würde Monate dauern, die Felsbrocken von Hand abzutragen. Faule Sau. Mach mal was für deinen Königreich. Bambus. Ihhh. Auch wenn es Ihhh. Der braucht immer was zu fressen. Oh, was kriegen wir? Ein Monsterkopf. Geil. Wollte ich schon immer haben. Oh. Oh. Und ist der die alte? Da ist die alte wieder. Die alte. Hallo Prinzessin. Hast du mir die magische Blut gebracht? Es wird in dem Kastel. Ach, im Schloss. Okay. Uhuhu. Hier scheint ein kleiner Tannenbaum hinzugehören. Äh. Natürlich. Ich muss die Maus irgendwie aus dem Loch locken. Mit Milch. Haben wir sonst irgendwas Interessantes? Ein Sichelstück. Damit kann ich bestimmt die Blume irgendwie. Ich denke nicht, dass dies ein Einhorn sein soll. Bist du dir sicher? Ich denke schon. So. Sonst haben wir hier nichts von Bedeutung. Was für ein unheimliches Regalfach. Ich muss es irgendwie öffnen. Mit einer Spinne. Mann. Es geht aber gar nichts. Schnell wieder raus aus dieser Gerümpelbude. Gerümpel. Das ist ja kein Armreif. Sonst können wir hier aber auch nichts machen. Dann gehen wir mal wieder hier nach unten. Und nach links. Nach links. Da ist wieder einer. Und eine. Wahrscheinlich. Sollte das mal sein. Eine, eine. Ich habe keinen Hammer. Und nichts zu hämmern. Du bist behämmernd. Das muss doch reichen. Also okay. Ich darf hier gar nicht rein. Okay. Ah. Ich darf hier noch nicht mal umsehen. Alles klar. Ich glaube, wenn ich in die Mitte gehe, kommen die Toten auf mich zu. Oh. Algen. Hä? Liebste Marge. Was? Liebste Margerie. Unerheil hat unser Königreich heimgesucht. Die böse Hexe Mortis. Hat den Kron erobert. Den Kron. Den Horn erobert. Binnen einer Woche ist die Bevölkerung dramatisch geschrumpft. Jeden Morgen werden die Körper vertrocknet aufgefunden. Ob Männer, Frauen oder Pissnelken. Das ist Mortis egal. Wir haben beschlossen sie zu stürzen. Wir schaffen das. Der Magier Isa ist auf unserer Seite. Auch er hat noch eine Rechnung mit Mortis. Offen. Mit seiner Hilfe werden wir es schaffen. Ich muss jetzt gehen. Wenn du nicht mehr von mir hörst, denke immer daran, dass ich dich liebe und gestorben bin. Für dich. Auf ewig Tod, Margerie. Damit du leben kannst. Ich wünsche dir ein sehr schlechtes Gewissen. Herzzerreißend. Einfach herzerreißend. So. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen so hocken. Damit mein Arsch ein bisschen entlastet wird. Ist auch doch ein bisschen anstrengend so zu hocken. Ohne sich zu bewegen wegen Facecam. Ich habe ja die Facecam jetzt hinter dem Vollbildschirm. Also der Artist hier. Artist, der Statist hier. Hat ähm. Die Facecam hinter dem Vollbild. Der muss sich diesen ganzen Scheiß hier auf Vollbild angucken. Und sieht jetzt nicht, ob die Facecam ihn noch richtig im Bild hat. Deswegen muss er sich so viel hin platzieren. Okay. Hier haben wir nichts. Darf ich nicht rein. Oh, Käse. Obwohl Speck besser wäre, um die Maus zu fangen. Ich hab dich. 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 Mist, ich wollte noch gucken. Nochmal da rein. Ein Netz ohne Spinne. Ich glaube, ich spinne. Oh nein. Ich muss die Spinne so über das Netz bewegen, dass sie jede Linie genau einmal betritt. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ein Hammer! Hammer! Da freu ich mich, Flinthammerheadrock. Jetzt hab ich aber was zum Hämmern. Ich habe keinen Hammer und nichts zu hämmern. Bist du doof? Da ist der Hammer! Da ist... So, du hast es so weit gemacht. Das war nur halb der Weg. Und du hast Hilfe von einigen von deinen kleinen Freunden. Aber jetzt bist du in meiner Lande. Keiner wird dich hier helfen. Natürlich. Kauf dir mal Faltencreme. Kauf dir Faltencreme für deine komischen Kneistfalten hier. Blöde Friemel. Eine Armreihe für den Drachen. Cool. Wir sind mit dem Westen angelangt. Das ist ja mega stark. Ah, eine Sichel. Ah, warte. Jetzt kann ich doch bestimmt... Das Feuer erlischt bald. Blüpp! Noch ein bisschen mehr. Ah... Uh, natürlich. Damit der Zange wieder rausnehmen. Aha. Und darauf hämmern. Bats! Bats! Mal wieder raufhauen und die Sichel ist wieder heile. Eine ausgesellte Sichel. Doch sie ist zu heiß. Meine Sichel! Sie ist stumpf. Das hört sich nicht nach einem Schleifstein an. Yeah, eine Super-Sichel! Ich muss sagen, das ging jetzt doch wirklich sehr schnell. Meine Nase juckt. Die Nase. Muss wohl so... Ich nehme mal einen Willbel-Let's-Player auf. So ein Drum senden. Das ist ja immer die Nase juckt. Die Nase. Ähm... Hier kann ich nichts mehr machen. Außer in der Tür rumfuchteln. Hier gehen wir mal wieder nach unten. Jetzt müssen wir, glaube ich... Rechts was, ne? Rechts rum. Ja, da ist es. Bitteschön. Ich hoffe, es gefällt dir. Brrrr. Ah, wieder sowas. Das ist cool. Der Bogen ist kaputt. Eine Aussparung für eine Ruden. Eine Aussparung! Okay. Ein Kristall. Brauche ich wahrscheinlich als erstes. Was? Hä? In der Spalte steckt etwas fest. Doch von hier aus komme ich nicht heran. Ah, okay. Ah. Eine Armblust. Okay. Dann gehen wir mal rüber. Ah, okay. Dann nochmal rüber. Können wir den Kristall da dran setzen? Yes! Schlange. War hier nicht... Da hat wohl jemand ein Schnurrhaar verloren. Oh, die Arme. Weißt du, da war die Schlange. Meins. ein Dragon. Ein Drachen-S. Ein Drachen-S. Brrrr. Oh. Aha. Geil. War eigentlich noch nicht mal so gedacht, aber... Cool. Ich wollte den eigentlich nur töten. Pack doch doch sofort da rein. Wenn es erstmal läuft... Wenn es erstmal läuft, dann läuft es richtig. Wieder rüber. Ekelhaftiges Vieh reinsetzen. Den da rein. Mach den sofort da rein, du Ochsenfroschgesicht. Geht doch. Pats. Meins. Achso, das ist wieder meins. Elfenstab-Spitze. Uh. In der Mitte. Ritze. Spitze. Es krabbelt in der Mütze. Was? Ich glaube, der Drache sollte eigentlich etwas in den Händen halten. Und dieses etwas ist lang und hat eine runde Spitze. Oh. Mein Dildo. Was? Nein. Oh. Hier sollte eigentlich eine Kugel sein. Mist. Huch. Zufrieden. Ich war... Ah, er ist noch zufrieden. Okay. Nein. Oder? Nein. Raus. Halt. Die Maus. Yeah. Huch. Ähm. Nein. Was zum... Ja, ja. Achso, Tannenbaum. Genau. Ritzo. Totigen, Unschuldigen. Dadurch kommen wir weiter. Ein Horn. Ein Horn, Liu. Was? Ah, verstehe, verstehe. Ich verstehe. Diese Logik ist unbestreitbar. Und jetzt haben wir ein Krug. Der macht auch nicht unbedingt sehr klug. Aber ich trage. Ich trage.